Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. So, wir suchen jetzt den Eingang zu dieser Bunkeranlage, damit wir doch endlich mal Kellogg finden. Die Frage ist, wo ist die Tür? Also diese Tür lässt sich ja nur von innen öffnen. Die Frage ist, wo ist denn eine andere Tür? Wie komme ich hier rein? Naja, vielleicht so. Vielleicht hier Vielleicht nehmen wir einfach diese Tür hier. Ja, das ist doch ein super geschafft. Und? Da. Durchsuche, Vortag. Ist da jemand anwesend? Von der anderen Seite festgekettet. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Oh, alter. Alter. Nimm das! Verleide Schaden. Verteidige. Tja, wenn es nicht anders geht. Ich muss den Angriff unverzüglich. Kelle auf. Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz mengenieren. Das wär's. Das wär's. Ha. Glück ab. Run- und Run-Steuerung aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Mit einer Reise auszweifeln. Rechtsvollzug. Angebung Protektron zu diensten. Weiter fliegen die Bürger. Dann schütz uns doch mal. Ich tue der Welt hier einen Gefallen. Die finden wir erwischt. Schneller. Meinst du? Ich glaube hier sind noch mehr. Ja. Ho ho ho. Jetzt mal alle umbringen. Danach kann ich das ja durchsuchen in Ruhe. Ja. Ja. Da sind sie wieder. Ja. 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 Aktivierung Protektron zu günsten. Die alle. Das ist wahr. Ich wusste, dass sie sich zeigen würden. Das war nicht der letzte, laber nicht. Das war nicht der letzte, laber nicht. Das war nicht der letzte, laber nicht. Ja. Ja. Das war nicht der letzte, laber nicht. Das war nicht der letzte, laber nicht. Das war nicht der letzte, laber nicht. Ich dachte, man könnte sich nicht bekommen. Das war nicht der letzte, laber nicht. Das war nicht der letzte, laber nicht. So, erstmal hier speichern Falls ich hier wieder in die Luft fliege Ja, musst du wohl Nimm mir mal was ab Minigun, nimm mir mal die Minigun, die sind schwer Wo sind sie denn hin? So, wo ist Ich sehe sie nicht Weg, hervorragend Hey! Wie ist das, habe ich das Gefühl, dass ich eben hier gleich so lebe, wenn ich verstehe es nicht? Es hat einige helle Köpfe gebraucht, damit ein solcher Ort entstehen kann Was glaubst du? Bewegung entdeckt, seltsam Seltsam, offenbar eine Fehlfunktion meiner Sinten Cool So, wir gehen nochmal hier lang Was sehr fantastisch ist, dass da eben eine Mine war und jetzt nicht Sehr seltsam finde ich das Ich schütze und lehne Indurch Turmsteuerung Deaktivieren Da ist ja viel Munition drin Unglaubliche Mengen Geschafft Hier ein bisschen mehr, so Ich denke Dann machen wir hier Speichern nochmal Wir wissen noch nicht, was uns erwartet Hier geht es aber nach unten Aha, okay Wenn ich Gänsehaut bekommen könnte, dann an einem Ort wie dem hier Erwischt Erwischt Oh, hat mich ganz schön erwischt Oh Nein, verschwird mir aber auch Oh, Weg Lass mich durch Gut gemacht Das wär's Right away in the way Das ist gut Auf jetzt ist es ja fast gelohnt, das aufzumachen Wreck Infiltriert Terminierung Erfordert Auf jetzt Ich schütze ja nicht mal Also nicht, dass das eine Option wäre Sieh ja Mein alter Freund Das gefrorene Fertiggericht Vor unserem letzten Treffen hast du es dir noch zwischen Bohnen und Apfelkuchen gemütlich gemacht Aha Wir kommen immer näher Immer verschlossene Kisten Ich bin etwa Dort Hüro Ja Ich bin Au 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 So, hier speichern wir nochmal. Aber ich brauche keinen Verholer. Verzieh dich! Immerhin hat er uns echt am Leben gelandet mit Absicht. Hör ich dir nicht? Soll meine Visage wirklich die letzte sein, die du siehst? Oh man! Jeder überlebte Kampf... Ja, überleben aber grad so. So, knick, 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 knick. Hier kommen wir nicht durch. Kommen wir auch nirgends durch. Aber kein Computer gesehen. Das sehen wir dann ja. Erstmal Rache. Hier ist ein Terminal. Das wärs. Turmsteuerung. Turmsteuerung. U6 deaktivieren. Turmsteuerung. Hallo? Hallo? Ich denke. Okay. Wie schön. Raiderroth, Hane, Schlenkes Bein, Fotoapparat, Geld. Ne Zahnbürste. Ne Zahnbürste. Aber nix weltbewegendes. Was? Wo muss ich denn hin? Hier weiter lang? Da runter wahrscheinlich. Na? Ich habe zu sp lußen geнут. Ich habe zu spürstères. ja?! Gast läuft... Anschḥlenft... Ich habe zu spürst sip. Du schirmst! Du schallst hier nur间. Inschluss. Du schallst das zurück. Scheiße! Scheiße! Denkisch holl! Berge voller Schrott sind hier. Das nehmen wir erstmal mit. Fusionskern. Irgendwas haben wir hier drin. Nichts, weil ich jetzt nicht aufkriege. Ja. Ja, war das gut. Der Rest nicht. Sieht ja auch fast aus wie ein Wald. Oh, hier ist eine Wackelkoche. Energiewappen erhalten, dauerhaft will man natürlich schon schaden mit Energiewappen. Sensor meldet feindliche Präsenz. Die wir jetzt verstecken, die finden wir schon. Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Gut, also wir kommen auf jeden Fall näher. Ob wir keine Autos finden, bleibt abzuwarten. Passwort zu Waffenkram von Fort Haft. Das nehmen wir mal mit, ne? Das werden wir dann ja mal sehen. Einbruch. Das ist eine Leukkram. glaub wir wie, schade ich mich. Das ist eine Leukkram. Das ist ein Schade. Und da ist diese Leukkram. Aber nicht nur eine Leukkram. was Platz für doch ist es nicht zu spät Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Passwort haben wir. Und es ist mal wieder alles abgeregelt. Das wär's. Und Fatman haben wir hier drinnen. Eine automatische Laserpistole. Hat er bestimmt. Mitmöglich und mächtig. Sieht natürlich heftig aus. Hier, du musst mal was nehmen. Lass doch stehen. Hey. Hast du was auf dem Herzen? Hier drüben. Guter Plan. Hier ist mein Angebot. So. Du nimmst mal. Der macht 27. So. So wie meine. Fatman werden wir nehmen. Falls wir den brauchen, werden wir ihn einsetzen. Natürlich ein abgeriegelter Silfekasten. Geschafft. Hier wäre auch wieder ein Terminal gewesen. Hier wäre auch wieder ein Terminal gewesen. Tja, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Das erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Und ich sag, falls dir das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen oben drauf. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Pew. Es kinyimisch facilitet euch da.